Hallo ihr lieben Süßen! Ich habe mein Wollkleid fertig. Ich bin so ein bisschen nach der Anleitung vom Maschenschäfchen in Gang. Hier diese Stripes, die Streifen. Die Idee habe ich dann von ihr, von Maschenschäfchen auf YouTube. Ja, ansonsten ist es meine Idee. Es ist auch die Wolle von meiner Wundertüte. Diese Acryl Wundertüte Hobby. Ihr müsst da mal gucken gehen. Ich verlinke euch das hier unter dem Video. Ihr müsst da mal gucken gehen. Ich habe die im Angebot für 13,30 Euro bekommen. Das sind fünf Knäuel drin. Und von hier bis irgendwo hier ist es diese Wundertüte mit den fünf Knäuel. Den Rest habe ich, was hier im Blau ist, dazu. Aus Restewolle dazu gestrickt. Hier mein Mönchchen. Habe ich wieder doppelt gestrickt. Ja. Ihr seht es ja. Alles tippitoppi hinbekommen. Ja. Okay. Das wollte ich euch jetzt mal gezeigt haben, dass das erste Stück fertig ist. Ich habe noch ein zweites, aber das lade ich dann später hoch.